So, da sind wir wieder. Ja, willkommen zurück zu LP Minecraft. Alter, ich habe gerade einen Riesenschluck Kaffee getrunken. Das ist mein Kaffee, das ist immer noch morgens. Boah, das steigt dir so in den Kopf, wenn du so einen Riesenschluck in deinen Mund nimmst. Okay, das klingt falsch. Und dann runterschluckst du das. Boah, das steigt dir so in den Kopf. Ja, ähm, genau, wir wollten Sand abbauen für die Gläser. Und eventuell, ach ja, und das Dach wollen. Genau, wir holen jetzt erstmal Sand. Und, ähm, boah, hier können wir auch noch anbauen. Alter, geh weg. Was macht der denn da oben? Was macht der da oben? Was macht der da oben? Will er mich verhaschen? Hau ab, Alter! Was macht der da oben? Der soll sich verziehen! Der soll abhauen! Ähm, das gibt's doch nicht! Der soll abhauen! Ist der über unsere Leiter da hochgekommen? Alter, der soll abhauen! Ach, das glaube ich ja jetzt nicht. Verdammt. Hilft mir! Hilft mir, Einwohner! Die haben wir auch schon lange nicht mehr besucht, ne? Im Übrigen. Das glaube ich ja jetzt nicht. Das ist ja unfassbar. Sand müssen wir haben für, äh, für, ähm, na, für Stein, äh, für Glas. Bisschen hier unter Wasser mal abbauen. Nicht ertrinken, Flex! 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 Gehen! Huch! Hallo! 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 Huh! Puh, das war knapp. Ähm, wo ist er hin? Boah, hoffentlich turnt er da nicht rum. Hoffentlich turnt er da nirgendswo rum. So, wir müssen ein bisschen Sand wieder sammeln. Na! So, 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 Sand, 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 Sand. Ich weiß, den ist nicht so spektakulär wie immer. Aber, Sand, 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 Sand. Machen wir mal ne Treppe nach oben. Damit wir hier auch rauskommen. Ja, war klar. War ja irgendwie, war ja irgendwie klar. Da schwimmt noch ein Sand. Ein Block, den den wir noch mit. So, 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 so. Ja, meine Güte. Unfassbar. Also, wir wollen definitiv, ähm, unser Dach ausbauen. Glas bauen. Und, äh, eventuell zweite Etage. Ja. Ich hab ein, eine To-Do-Liste. Also, die jetzt nicht vor mir liegen, aber die hab ich im Kopf jetzt gerade. Und, ähm, oh ja, könnt ihr euch noch dran entsinnen? Wie wir die gefunden haben? Alter Schwede, das war, das war so ne Aktion, ne? Alter Finder, was hab ich gefeiert? Sand, 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 Sand. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das schon reichen wird. Mal gucken. So, da war nochmal Sand. Blub, 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 blub. So, ich muss ja auch irgendwie wieder rauskommen. Ähm, das ist nochmal ein bisschen Sand. Hier ist nochmal ein Schweinchen. Komm, Schweinchen, komm her, du Sau. Komm her, du Sau. Dumme Sau. Also, aufs Schwein bezogen, ne? So, ich weiß nicht, ich mein, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eventuell, eventuell reicht. Ich liebe Schweine. So. Ich hoffe, der ist weg. Ich hoffe, der ist weg. So, wir gucken nochmal eben hier. Obwohl noch was Interessantes ist. Aber ich glaube, wir hatten, ich glaube, wir hatten das, glaube ich, hier alles erforscht gehabt. Ich glaube, hier sind noch Steinstufen. Ich glaube, hier war auch, glaube ich, nichts mehr, nichts mehr drin gewesen. Ich mach, uah, aua. Ja, ich glaube, dass, Hilfe, 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 Hilfe. Ich glaube, wir werden mal eben schnell was essen. Wir schnabulieren mal eben hier so ein Schnitzelchen. Und, ähm, so. Wir werden dann mal eben ganz schnell zurückwandern. und mal Gläser bauen. Glasscheiben oder Glasblöcke? Ich bin mir noch nicht sicher. Was ist denn stabiler? Ich glaube, Glasblöcke, ne? Oder? Oder sind Glasscheiben stabiler? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal schauen. Ähm, ich frage mich, wie der auf unser Dach gekommen ist, dieser Hexer. Ich hoffe, der ist weg. Ich hoffe, der turnt jetzt nicht irgendwo hier rum und vergiftet uns. Ich werde diese Leiter mal abbauen. Hallo? Weil das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich wollte ja eigentlich, das war ja nur so eine, so eine grobe Idee gewesen damals. So, ich hoffe, der ist jetzt, ich denke mal, der wird weg sein. Oder tut der jetzt? Boah, ich habe gedacht, der steht hier um die Ecke. Huh. Ach ja, stimmt. Genau. So, nehmen wir mit. Was wir haben, haben wir. Ähm, Glas, 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 Glas. Glasscheiben brauchen wir, Glas, Blöck, äh, warte mal. Hä? Hellgrau gefärbtes Glas? Ne, ich will einfach nur normales Glas. Wo war denn normales Glas? Ähm, wo waren denn die Glasscheiben? Verdammt nochmal. Ich bin schon wieder so im Rausch, dass ich es nicht finde. war es nicht hier? Verdammt. Goldblock, toll. Glasscheiben brauchen wir, Glasblöcke, aber wo waren denn nochmal die Glasblöcke? Das ist es nicht. Ich schaue mal alles. Das gibt es auch nicht. Wo waren denn diese Reisengitter? Können wir auch bauen? Reisentür, äh, Glasscheiben, hallo, warte mal, Struktur, Nahrung, Rüstung, Transport, Dekoration, ich, ähm, bin gerade überfragt, wo nochmal die Glasblöcke waren. Wo waren das immer? Das gibt es doch gar nicht. Ich hatte doch Glas. Ich bin schon so wieder so lange raus hier aus dem, aus dem Minecraft. Das ist ja den Ambus, das wollten wir auch bauen. Dazu brauchen wir aber erstmal, warte mal, wo haben wir die? Die hatten wir doch. Mal eben schnell gucken. Ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Ich höre schon wieder jemanden wandern. Wander. Davon brauchen wir zwei, um den Ambus zu bauen. Nein, drei brauchen wir davon. Verdammt. So, jetzt müsste der Ambus... Ja, sehr schön. Trotzdem suche ich jetzt aber gerade die Glas... Es gibt es doch nicht. Wo sind denn die Glasscheiben? Steinziegel, Schnee... Hm, Bett, Leitern... Das gibt es doch nicht. Wo sind denn die Glasscheiben? Oder die Glasblöcke? Jetzt blätter ich alles durch. Ist mir egal. Irgendwo werden die schon auftauchen. Ja, hier denke ich mal nicht, dass sie hierbei sein werden, oder? Glasflasche. Toll. Ähm... Sag mal... Bin ich so... Bin ich so dumm, dass ich schon wieder nicht finde, wo die sind? Rüstung? Nein... 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 Warte... Nee... Hä? Hä? Ach, warte mal, wir müssen ja... Ach, ich bin doch... Ach, ich bin doch eine hohle Birne. Wir müssen doch Glas... Ach, natürlich. Ach. Wir müssen doch Glas brennen. Natürlich. Ach, Gottes Willen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so unaufrichtig leid. Ich entschuldige mich dafür. Ähm... Ich bin gerade am überlegen. Was wollte ich denn überlegen? Ja... Ich schaue gerade mal, wie wir die Etage bauen. Die zweite. Ja, das würde gehen. Da in der Mitte dann eine Treppe nach oben. Also hier so eine Treppe irgendwie nach oben bauen. Müssen wir mal gucken. Ähm... Alter, das ist... Alter, wie peinlich. Wie peinlich. Wie peinlich. Das gibt's doch nicht. So, ähm... Das lege ich erstmal ab. Ähm... Die Leiter lege ich auch ab. Die Fackeln auch. Sand brauchen wir gleich noch. Den Ambus. Genau, der kommt ja in die... In die Werkstatt. Den möchte ich gerne... Ah, sieh, die Fackeln brauchen wir noch. Müssen wir gleich hier hinstellen. Oder aufbauen. Dann nehmen wir den Ambus hin. Vielleicht kommen da auch ein paar Kisten hin oder sowas. Mit Rüstung. Ähm... Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Fackeln, 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 Fackeln. Fünf Fackeln haben wir noch. Ist aber wenig. Das heißt, wir müssen uns mal ein paar Fackeln bauen. Kohle nehmen wir mit. Und Stickies brauchen wir dafür. Da haben wir noch 59 Stickies. Die nehmen wir mit. Und dann bauen wir uns ein paar Fackeln für den Raum. Ja, 21 reichen. So, äh... Da, da... Da, da... Da, da... Da, 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 da... Und da. Ja, das ist... Das dürfte eigentlich... Das dürfte eigentlich reichen. Ich denke schon. Ich denke, das dürfte reichen. So, die Gläser werden jetzt auch einigermaßen fertig sein. Ich werde nochmal eben die Kohle wieder wegbringen. Kohle. Kohle, 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 so. Ähm, ja... Hallo? Das war die falsche Taste. Das hat man überhaupt nicht gemerkt, dass das die falsche Taste war. So, die Fackeln wieder zurücklegen. Die Stikis auch. Die Eisenbarn und die Goldbarn werden wir die auch mal ablegen. Mal eben. Ne, waren die drin, ne? Genau, so. Das dann auch mal gleich nochmal. So, dann schauen wir mal, was die Öfen machen. Ja, das sieht doch super aus. Schieben. Da sind auch schon 16 drin. Guck an. So, fügen wir nochmal ein bisschen Sand hinzu. Und dann können wir damit ja schon... Ach, wisst ihr was? Ich baue Glasscheiben. Also, jetzt finde ich sie, ja? So. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. So. Es ist schon Nacht geworden. Ich hoffe, jetzt besucht uns keiner hier. Noch eben schnell durch die Fenster. Da kommt schon eine Spinne. Hu. Hu. Ei, bleib da. Alter. Schnell zugebaut. Ha. Hihihihi. Ha ha ha. 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 Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ja. Haben wir genug Glasscheiben. Können wir zurücklegen. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich lasse sie aber trotzdem jetzt mal ausbrennen. Ähm. Eine Kiste wollte ich noch bauen, ne? Eine Kiste mal eben schnell. Machen wir noch. Haben wir Holz? Ach, seht ihr? Wir wollten noch Holz sammeln gehen. Wir haben so wenig Holz. Warte mal. Da war doch... Genau. Da können wir nochmal zurücklegen. Da haben wir noch. Ich glaube, das dürfte reichen für eine Kiste. Oder für zwei. Oder? Ne, brauchen wir mehr. Ja. Das ist auch immer so toll, das alles. Oh, diese Spinne, ne? Das. Aber bin ich froh, dass wir irgendwann jetzt das Dach bauen. Denn dann können wir uns da ganz getrost... So, Kiste und Amst und Amboss. Ja, da müssen wir noch gucken, dass wir hier noch ein bisschen dekorieren. Wir haben überlegen, ob wir den Raum vielleicht auch aufteilen. So ein bisschen dekorationsmäßig. Vielleicht... Hier wollte ich den Raum eventuell auch aufteilen. Weil wir ja sowieso den Durchgang hier oben machen wollen. Irgendwie die Treppe nach hier so hoch. Aber jetzt sitzt die Spinne da oben, ne? Meine Güte. Äh... Ich lege mich mal schlafen. Und dann kümmern wir uns am nächsten Morgen um die Spinne. Ich habe wieder den nächsten Morgen. Verdammt. Scheiße. So. 14 Dings. Neues 29 Glas. Bring dann wieder zurück bei den Bauelementen rein. Können wir das ablegen? So. Ähm... Was machen wir jetzt? Wollen wir uns um die Spinne kümmern, ne? So, 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 so. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er, da ist er. Scheiße, Spinne. Geweck, 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 geweck. Nein! Nein! Oh. Ha. Alter. Puh. Das war knapp. Das war sehr knapp. Scheiße, Glasscheibe ist kaputt. Scheiße. Boah, war das knapp. Alter. Alter Schwede, war das knapp. Da müssen wir jetzt mal eben schnell reparieren. Puh, wir brauchen nur eine. So. Eine brauchen wir nur. Boah, Alter, war das knapp. Der hätte uns jetzt auf jeden Fall voll den Anbau versemmelt, der Drecksack. Boah, das gibt's doch gar nicht. Nur mit dieser dämlichen Spinne. Unfassbar. So. Äh, Bauelemente, Erde, kommt da rein. So. Dann, Stein haben wir genug, ne? Wo mach ich denn die Tratte mal? So. So. Ich glaube drei. Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß noch nicht, wie auf jeden Fall soll da oben, dann soll's nach oben gehen. Irgendwann, ob wir den Raum hier aufteilen. Mit Holz am besten vielleicht. Lass mal gucken, ne? Wollen wir mal gucken, ne? Vielleicht irgendwie so. Zwischen vielleicht. Äh. Okay. 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 Keine gute Idee so. Sondern, das muss ja hier hin. So, 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 so. Ah, professionell gebaut. Sehr professionell gebaut. Vielleicht doch nur zwei breit. Mal gucken. Meine Güte. Ich verbaue mich aber auch in der letzten Zeit so viel, das ist unglaublich. Unglaublich. Vielleicht. Na, so ein bisschen so. Ja, das, das. Oder doch so. Ach, ich weiß ja nicht. Mal gucken. Ähm. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Durchgang. Also, weil, wenn hier die Treppe hinkommt. Genau, Treppen. Wo, Treppe wollen wir bauen. Mal eben schnell hier. So, 16. Schauen wir mal, dass wir. So. Hahaha. So. Da hin. Ja, das passt. Aber hier oben müssen wir dann weiter aufmachen. Das muss natürlich jetzt auch zügig passieren, dass wir oben zubauen. Ja, das sieht doch super aus. Problem nur, wir kommen jetzt hier nicht mehr durch. Das heißt, wir müssen einen durch. Oder wir machen zwei Durchgänge. Einmal hier lang und einmal hier lang. Sieht das schon ganz gemütlich aus. So ein bisschen, so ein bisschen gemütlich sieht das aus. Hier so eine Abstellnische. Ja, zwei Durchgänge. Ist doch supi. Mit dem Treppenaufgang nach oben. Ja. So, das heißt, ich werde mal eben schnell was ablegen, was wir nicht brauchen. Die Treppe. Ach, wir hatten sogar noch Treppen. Guck mal an. 64 sogar. Ah, warte mal. Ne, ich nehme mal die Treppe. Mal die Treppe. Das ist irgendwie, glaube ich, damit das ein bisschen sich unterscheidet von dem Ganzen. Weil, stimmt, wir hatten die Treppe ja mal gebaut für den, fürs Dach, meine ich. Diese Steintreppe. Ich kann mich entsinnen. Aber dann setzt sich das auch ein bisschen ab. Dann ist das nicht alles so gleich hier. Ne? Sehr schön. Ja, genau. Ja, so machen wir das. So sieht das schon mal super aus. So, also, wieder abnehmen. Alles, was wir nicht brauchen. Die brauchen wir nicht. Das auch nicht. Wir nehmen Stein jetzt erstmal mit. Nehmen, 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 nehmen. Nehmen, nehmen, nehmen. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen, ob das reicht. Ich glaube da zwar noch nicht ganz dran, aber müssen wir mal schauen. Ich fange schon wieder an zu sortieren. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar. Bin schon wieder, bin schon wieder im Sortierrausch. Verdammt. Dschungelholzbretter. Können wir auch nochmal irgendwie was bauen von? So, jetzt möchte ich mal ganz schnell mal lau... Das wird nie im Leben reichen. Das wird nie im Leben reichen. Nie im Leben wird das reichen. Diese Etage da noch so zu bauen. Mein Gott. Verdammt. Scheiße. Dieser Baum, der stört aber jetzt auch irgendwie so ein bisschen. So, dann machen wir mal weg hier. Bisschen von dem Baum. Nehmen wir mal ein bisschen weg. Ich habe leider keine Kettensäge dabei. Oder kein Heckenschneider. Manchmal verbaut er sich aber selber ein bisschen. Vielleicht machen wir da auch dann oben das Schlafzimmer. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. So, la 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 la. Da ist schon weg. Meine Güte. Was ist denn? Ich glaube, ich bin manchmal zu schnell im seitlich laufen. Gucken, dass ich nicht runterfalle. So, genau. Alter. Boah, dieser Hexer, ne? Das ist... Boah. Puh. Da habe ich mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Dass der uns erwischt. Und das wäre es dann auch für uns. Ich glaube, wenn der uns... Wenn der uns kriegt, ich glaube, dann... Dann war es das. So. Zack. Hier auch nochmal. So. Ein bisschen die Ecken schon mal bauen. Auf die Höhe von drei oder vier. Ich weiß noch nicht, ob ich die vielleicht noch einen noch höher baue. Als für unten. So. So, so. Boah, ich da... Alter. Boah, ich habe schon voll schon wieder die Paras. Ich habe da einen Baum jetzt gerade den Hexer gesehen. Ich sollte aufhören, Horror-Spiel zu spielen. Nein. Falsch. Verdammt. So. So, den machen wir auch höher da hinten. Dum, dum. La, la, la... La, la... La, la... La, la... Okay. Äh... Watte, 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 Watte. Watte? Everybody's gone to the Watte. Ihr erinnert euch? So. Ähm... Ja. Das sieht doch schon super aus. Gerade. Wir bauen auf jeden Fall noch mehr Stein. Oder? Ich werde das noch ein bisschen anders dekorieren. Ich... Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich weiß... Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall will ich einen höher gehen diesmal. Diesmal möchte ich ein... Ein möchte ich höher gehen. Ein möchte ich höher gehen. Ein höher. Ein höher möchte ich gehen. So, warte. Warte, 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 warte. So, zack. Nehme mal wieder mit. Nein, ich bin schwer. Du, voll... Egal. So. So, zack. So, hier haben wir einen hin und dann... Und zack. So. Na, wirst du wohl da aufgehen. So. Hier auch nochmal einen hin. So, wir kriegen schon wieder so ein bisschen Hunger. Was ich gerade am Bildschirmrand sehe hier unten. Haben wir das hier auch schon so hoch gebaut? Nein, haben wir noch nicht. Nein, sind nur vier. So, das heißt, es muss wesentlich höher. Na, so. 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 Und dann müssen wir hier auch noch einen draufbauen. Dann ist es, glaube ich, ja. Genau. So. Da ist auch schon die Spitzhacke weg. Langsam rückt die Diamantenspitzhacke näher. Das ist schon mal super. Die haben wir ja gebaut gehabt. So. Die Steine nehme ich wieder mit. So. Der Stein verabschiedet sich. Das war klar. Sehr schön. Ich würde sagen, machen wir eine kleine Folgenpause für die Session. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft. Wir werden wahrscheinlich die zweite Etage weiterbauen. Und ihr schaltet dann wieder ein. Also, macht's gut. Ciao. Tschüss. Und erang. Ciao. Hörb. Yuri. Desgında. Ha wa. Esittim. dreams. Au. slog. Exa. playful. 품. Leute.